Das Verhör Erster Teil Irgendwo im Pazifik, 20.09.2016, 17 Uhr Ortszeit Der Senkrechtstarter setzte sanft auf dem Deck der Fregatte auf. Die Turbinen der Rotoren wurden langsamer und kurz bevor sie aufhörten sich zu drehen, hatte Alex das Flugzeug schon verlassen. Sicherheitsbeamte hatten ihn in ihre Mitte genommen und sorgten dafür, dass er ohne große Umwege direkt ins Konferenzzimmer geführt wurde. Sie bedeuteten ihm wortlos, dass er sich an den großen Tisch setzen möge und verließen den Raum genauso schweigend, wie sie ihn betreten hatten. Alex war allein. Vor nicht einmal 24 Stunden war er auf der anderen Seite der Welt und jetzt befand er sich mitten im Pazifik im klimatisierten Besprechungsraum einer US-Fregatte. Das Leben nahm schon seltsame Wendungen. Was würde weiter werden? Ruhig wartete er und horchte gespannt in die Stille. Dann betete er lautlos. Die vier Männer und die Frau, die im Nebenzimmer über Kameras und Mikrofone alles mit angesehen hatten, stimmten sich kurz darüber ab, wie die Besprechung verlaufen sollte. Es bestand Einigkeit darüber, dass Myers als Frau die Befragung des Zivilisten durchführen sollte. Zum Schluss fragte Holloway, was eigentlich passieren würde, wenn man Alex nicht mehr bräuchte. Es könnte ja schließlich sein, dass die Informationen, die er ihnen liefern konnte, nicht so wertvoll oder zuverlässig waren, wie sie sich das erhofften. Myers antwortete nur kurz, wenn er nichts weiß, werfen wir ihn ins Meer. Die Haifische können ihn fressen. Seine Familie wird einen fingierten Autounfall auf der Heimreise von Rumänien haben und die ganze Sache ist erledigt. Also, meine Herren, gehen wir. Sie stand auf und öffnete die Tür zum Besprechungsraum. Alex sah eine großgewachsene Frau in einem dunklen Hosenanzug und sportlicher Figur auf sich zukommen. Sie streckte ihm ihre Hand entgegen und begrüßte ihn freundlich lächelnd. Guten Tag, Herr Krischtschow. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Sie werden sich sicher fragen, wie es sein kann, dass Sie hier sind. Aber bitte setzen Sie sich doch wieder. Ich darf Ihnen kurz meine Kollegen vorstellen und dann, so werden Sie sich sicher denken können, haben wir jede Menge Fragen an Sie. Die folgenden Minuten waren angefüllt mit dem klassischen Frage-Antwort-Spiel. Sie wollte alles von ihm wissen, wo er herkam, wo seine Familie herstammte, wo und wie sein bisheriges Leben abgelaufen war, wie er Christ geworden war, was er mit den Manuskripten vorhabe, ob er Kontakt zu terroristischen Gruppen im Nahen Osten habe und so weiter und so fort. Alex beantwortete alle Fragen der Wahrheit gemäß. Er hatte nichts zu verbergen, aber er wartete gespannt, wann sie die Katze aus dem Sack lassen würden. Nach etwa anderthalb Stunden gönnte man ihm eine kurze Pause. Er bekam etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Alex war Verhandlungsrunden gewöhnt. Er wusste, dass jede Seite nicht sofort ihr Pulver verschießt. Zunächst umkreiste man sich gegenseitig, zumindest wenn Waffengleichheit bestand, um dann die Schwachpunkte des Gegners zu identifizieren und in seine eigene Strategie einzubauen. Niemand legte sofort die Karten auf den Tisch. Man versuchte, sich den Knackpunkten langsam zu nähern und dabei zu beobachten, wie das Gegenüber sich verhielt. So war es auch hier, mit dem kleinen Unterschied, dass Alex nicht erwarten konnte, dass seine Fragen beantwortet werden würden. Als man sich wieder in den Konferenzsaal begab und er erneut befragt werden sollte, kam er ihnen zuvor. Meine Dame, meine Herren, ich bin gerne bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten, aber Sie werden verstehen, dass auch ich meine Fragen habe. Wie geht es meiner Familie? Wo ist meine Frau? Wo sind meine Kinder? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Herr Kritschow, sagte Mayers. Ihre Familie ist unbehelligt dort angekommen, wo Sie sie telefonisch hinbeordert haben. Es gab zwar das eine oder andere kurze Gespräch mit Ihrer Frau. Bei diesen Worten bemerkte sie mit ihren geübten Sinnen ein winziges Zucken in der Augen gegen Kritschows und ergänzte schnell, keine Angst, Herr Kritschow, wir haben ihr nichts angetan, weder ihr noch ihren Kindern. Wir sind ausschließlich an ihnen interessiert, nicht an ihrer Frau oder an ihren rumänischen Freunden. Die wissen ohnehin nichts. Ob Sie sie wiedersehen, liegt ganz bei Ihnen, womit wir dann auch beim Thema wären. Aha, dachte Alex, es ist doch überall das Gleiche. Jetzt geht's wohl los. Wie sind Sie auf die Informationen aus der Bibel gestoßen? Woher haben Sie das? Wen haben Sie danach gefragt? Wer hat Sie hierüber informiert? Welche Literatur haben Sie benutzt, um die Wiedergeburt Jerusalems zu finden? Wie geht die ganze Geschichte weiter? Wenn Sie von diesen Dingen wissen, dann wissen Sie noch mehr. Wir haben gesehen, dass Sie fortlaufend an dem Thema arbeiten. Sicherlich sind in Ihrem Kopf noch andere Sachen, die wir auch wissen möchten. Aber lassen Sie uns von vorne beginnen. Das wäre schön, sagte Alex. Sie werden verstehen. Ich glaube nicht, dass Sie mich aus purem Spaß um die halbe Welt geflogen haben, wenn das, was Sie hier tun, nicht von immenser Wichtigkeit für Sie wäre. Wie oftmals sehe ich natürlich nur einen Teil des Gesamtprozesses, nur einen Teil einer wie auch immer beschaffenen, übergeordneten Struktur. Warum sind Sie so sehr an den Inhalten der Bibel interessiert? Ich vermute mal, dass das nicht aus rein christlichen Motiven geschieht, sondern dass Sie andere Gründe haben. Welche sind das? Nun, sagte Meyers, Sie haben mich ganz unrecht. Es gibt tatsächlich einen größeren Zusammenhang, und dieser nennt sich Projekt Abraham. Bei diesem Satz blickten die Männer ruckartig auf und schauten Meyers an, als ob sie den Verstand verloren hätte. Wie konnte sie Khritschow in diese Top Secrets einweihen? Er war nicht aus dem inneren Zirkel. Niemand wusste von dem Projekt, außer den unmittelbar Beteiligten, und das Thema durfte unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit dringen. Warum tat sie das? Was war los mit ihr? Meyers drehte sich um, als ob sie die Gedanken ihrer Kollegen geradezu gehört hätte. Meine Herren, Herr Khritschow sieht aus, als ob er nicht ganz dumm wäre. Das bisherige Gespräch mit ihm war offen, fair und ehrlich. Das sorgt bei mir für Vertrauen. Vertrauen gegen Vertrauen, oder? Was meinen Sie? Ich glaube, mit Folter kommen wir ohnehin nicht weiter. Und es ist uns allen doch sehr viel angenehmer, ich denke, ich spreche da auch in Ihrem Sinn, Herr Khritschow, wenn wir unser Gespräch hier in dieser angenehmen Umgebung fortführen können, statt in den schallgeschützten, aber unangenehm warmen und schlecht belüfteten Räumen tief im Inneren des Schiffs. Also, meine Herren, lassen Sie uns doch die Angelegenheit wie Gentlemen behandeln. Ich glaube, dass es für unsere Informationen nicht nachteilig ist, wenn Herr Khritschow das komplette Umfeld kennt. Ja, sagte Alex, das würde mich allerdings brennend interessieren. Nun, Herr Khritschow, erwiderte Majerskühl, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde Sie in diese Thematik einweihen, aber Sie müssen bedenken, Menschen, die hiervon wissen, sind entweder auf unserer Seite oder sie sind tot. Sie schwieg und schaute Alex tief und ernst in die Augen. Sie checkt mich ab, dachte Alex. Sie müssen auch nicht den Helden spielen. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben viele gesehen, die anfangs einen durchaus überzeugenden Auftritt hingelegt haben, aber später haben sie uns wimmernd oder röschelnd alles gestanden, was wir von ihnen wissen wollten. Während der zweiten Satzhälfte beugte sie sich teilnahmslos über ihre Aufzeichnungen und überflog die Zeilen. Nun, dann fangen wir von vorne an. Es gibt ein Programm mit dem Namen Abraham. Mayers erzählte Alex tatsächlich alles, was sie wusste. Sie weihte ihn in das komplette Programm ein. Sie berichtete von den Forschungsreihen, von den vielen Wissenschaftlern, die eingebunden waren, von den zig Millionen Dollar, die in den vergangenen Jahrzehnten in dieses Projekt geflossen waren, von ihrer Suche nach eventuell verborgenen Aussagen zur Zukunft der Welt, in der kompletten erhaltenen alten Weisheitsliteratur, wie zum Beispiel den tibetanischen Totenbuch, dem Maya-Kalender, dem Gilgamesch-Epos, der Bhagavad-Gita, dem Avesta, dem gesamten Epos Mahabharata mit seinen hunderttausend Strophen und vielen anderen Weisheitslehren. Sie berichtete von dem engen Kontakt zum Vatikan, zum Teil auch zu muslimischen Sufis, indischen Yogis und Brahmanen, Rabbinern, christlichen Theologen aller Couleur und so weiter und so fort. Es ging lediglich darum, die dort eventuell beschriebene Zukunft der Welt zu kennen. Man respektiere durchaus die Weisheiten und Religionen der Völker, ob sie nun aus Babylon, aus Assyrien, aus Ägypten, aus afrikanischen Ländern oder woher auch immer stammten. Niemand sollte in der Ausübung seiner Religion gehindert werden, solange er alle anderen auch akzeptierte. Alle diese Schriften wollte man kennen. Aber, so schloss Myers ihre kurze Einleitung, alle diese Schriften sind überhaupt nicht zu vergleichen mit der fantastischen Strukturiertheit und heterogenen Fülle sowie Homogenität und Dichte der Bibel. Sehen Sie, fuhr Myers fort, die gleichen Starrprogrammierer, die die Rezeptoren und Algorithmen für Google oder Yahoo programmiert haben, haben auch die Algorithmen und neuronalen Netze, sogenannte künstliche Intelligenz, für die elektronische Auswertung von Texten entwickelt und programmiert. Neben der vielfältigen religiösen Literatur der Welt haben wir auch alle 66 oder je nach Lesart der Psalmen 70 Bücher der Bibel in die Matrix eingegeben, mittels relationeller Datenbanken aufbereitet und durch die renommiertesten Theologen der Welt kommentieren und auslegen lassen. Insbesondere endzeitliche Aussagen sind in ihren logischen Strukturen und Verknüpfungen analysiert und geordnet worden, sodass man diese Aussagen gegenseitig zueinander plausibilisieren konnte. In dieses Gerüst kann man jetzt auch eventuell neue, bislang unberücksichtigte Erkenntnisse einpflegen und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. So wird schnell deutlich, ob die Erkenntnisse und Auslegungen der Theologen dem Inhalt der Bibel entsprechen oder eben nicht. Interessant, staunte Alex. Ja, anfangs schon. Aber nach einigen Jahren vergeblicher Suche war das Projekt ins Stocken geraten. Man hatte die Buchstaben der Bibel ordnen und strukturieren können. Man hatte die Aussagen analysiert und im Computer hinterlegt. Aber man konnte den Geist nicht finden, der dahinter stehen muss. Alex waschte auf. Wie meinen Sie das? Nun, sagte Meyers, Sie wissen ja so gut wie ich, dass derjenige, der Christ ist, Gottes Geist hat. Paulus sagt in einem seiner Briefe, dass es unmöglich ist, Gott zu erkennen, wenn man nicht seinen Geist hat. Das passt durchaus mit den Grundsätzen der Konkurrenz überein. Nur Gleiches erkennt Gleiches. Aber Paulus sagt zudem, dass der Geist Gottes auch die Tiefen der Gottheit erforscht. Und genau das suchen wir. Wir suchen Männer oder Frauen, die diesen Geist haben und die die Tiefen der Gottheit erforschen. Obwohl wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht wissen, was genau das ist. Wir verstehen auch nicht genau, was Weissagen oder prophetisches Reden ist. Wir haben uns bei charismatischen Gemeinden umgeschaut, aber das, was wir dort gefunden haben, war oftmals hokus pokus, aber keine geistliche Weissagung. Es ging meist um Heilungen. Sie verstehen Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, alle möglichen Krankheiten, die behandelt werden sollten oder irgendwelche verdeckten Sünden und so weiter. Aber zum Teil wurden die Gläubigen bloß nachts mit Mikrofonen abgehört. Oder es gab auch andere Tricks, wie man die Zuhörer beeinflussen und beeindrucken konnte. Wir haben das eigentlich recht schnell rausbekommen. Nur manchmal haben wir den Eindruck gehabt, dass es sich auch um okkulte Mächte handelte, die zum Einsatz kamen. Alex zog verwundert die Augenbrauen hoch. Oh, Sie dürfen nicht glauben, dass uns das erschrocken hätte, lachte Meyers. Wir haben da keine Berührungsängste. Wir untersuchen auch okkulte Phänomene. Es geht uns bei all dem nur um eines, dass eine kleine, aber überaus bedeutende Gruppe von Menschen, die übrigens nachweislich die richtige Blutlinie haben, weiterhin für die Geschicke der Welt verantwortlich sind. Vielleicht verstehen Sie ansatzweise, was ich Ihnen damit sagen will. Das allein ist der Grund, warum wir das suchen, was wir bei Ihnen zu finden glauben. In den wenigen Minuten, in denen Meyers mit Alex sprach, spannte sich vor seinem inneren Auge eine Welt auf, von der er bislang nicht vermutet hatte, dass es sie gab. Das ist starker Tobak, sagte Alex. Warum glauben Sie, dass das, was ich gefunden habe, so anders ist als das, was Sie mit Ihren Computerprogrammen und der künstlichen Intelligenz bereits entdeckt haben? Das, was Sie gefunden haben, antwortete Meyers, haben wir in unsere künstliche Intelligenz eingepflegt. An keiner einzigen Stelle hat der Computer Ihre Aussagen als falsch markiert. Und das bedeutet umgekehrt, dass alle Ihre Ergebnisse den biblischen Texten entsprechen. Sie befinden sich also mit dem, was Sie gefunden haben, absolut im Rahmen dessen, was die Bibel sagt. Das war bei den bisherigen Auslegungen unserer Theologen nur bis zu einem gewissen Prozentsatz so. Ab einem bestimmten Punkt wurden alle Ihre Aussagen ungenau oder auch falsch, sodass wir deren Schlussfolgerungen aus eben diesen falschen oder ungenauen Aussagen auch verwerfen mussten. Aber Ihre Stimmen. Respekt, Respekt, Rischof. Mensch, dachte Alex, das hätte mir mein Pastor mal sagen sollen. Ein solches Kompliment hatte er von dieser Seite nicht erwartet. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Und das wäre? Wissen Sie, wir haben alles an christlicher Literatur analysiert, was in den letzten 2000 Jahren veröffentlicht wurde. Und ich kann Ihnen versprechen, dass es nichts gibt, was sich mit endzeitlichen Themen befasst, das wir nicht eingehend untersucht hätten. Aber alle diese Bücher, Texte, Auslegungen etc. befassen sich mit dem Sichtbaren. Es geht ausschließlich um Archäologie und Geschichte. Zumeist werden politische Ereignisse der aktuellen Zeit in die Bibel hineingetragen und mit biblischen Texten interpretiert. Ihr Thema hingegen befasst sich mit dem Unsichtbaren. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Ihre Aussagen befassen sich mit der Bibel selbst. Das Erstaunliche ist, dass Ihre Aussagen zum Text, weil sie eben ausschließlich auf der Bibel beruhen, in der gleichen Weise auch vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren oder wegen mir auch vor 1500 Jahren hätten getroffen werden können. Aber, und das hat uns alle sehr erstaunt, niemand hat das bisher gefunden, obwohl es für alle Leser der Bibel durch die Jahrhunderte möglich gewesen wäre, weil es derselbe Text war, den Sie heute lesen. Wissen Sie, auch Luther hätte das, was Sie aufgeschrieben haben, in seiner Bibel finden können. Selbst Augustin hätte das finden und aufschreiben können. Hat er aber nicht. Alex fröstelte. Und jetzt kommen Sie daher, und bitte verstehen Sie das nicht abwertend, ein Durchschnittsbürger, ein theologischer Niemand, und Sie finden und argumentieren als Laie solche zukunftsbezogenen Aussagen innerhalb der Bibel, die alle unsere Tests in den jeweiligen Computerprogrammen bestanden haben. Aussagen, die alle Christen seit 2000 Jahren in der Bibel hätten finden können oder vielleicht sogar müssen, ohne es getan zu haben. Und allein wegen der Raffinesse unserer Programmierer sind wir Ihnen auf die Spur gekommen. Respekt, Herr Kritschow, das haben Sie tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Alex war ziemlich platt. Was für ein Kompliment. Wissen Sie, sagte Alex, ich möchte mich nicht in falscher Bescheidenheit spiegeln, aber Josef hat zum Pharao gesagt, dass Auslegen Gottes Sache ist. Je mehr ich über dieses Thema nachdenke und Licht erhalte, desto gewisser möchte ich sagen, wenn Gott die Tür zu seinem Wort nicht öffnet, können Sie den Zugang zur tieferen Bedeutung niemals finden, selbst nicht mit Ihren neuronalen Netzen. Aber wenn Gott einem Menschen durch seinen Geist die Tür zu seinem Wort öffnet, dann hat man einen Schlüssel zu den Texten und plötzlich liegt alles vor einem. Es ist verständlich, es plausibilisiert sich und man weiß in seinem Inneren ganz gewiss, dass es Wahrheit ist, was man gefunden hat. Das ist etwas sehr Schönes. Was ist Wahrheit? fragte Meyers. Und sie wusste genau, dass sie Pilatus zitierte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, erwiderte Alex. Und obwohl Meyers seit vielen Jahren hartnäckige und vorsätzliche Agnostikerin war, berührten sie diese Worte tief in ihrem Inneren. Sie wusste, dass Alex recht hatte. Nein, das war nicht analytisch genug. Sie wusste, dass die Bibel, zumindest an dieser Stelle, recht hatte. Was ist Weissagung? fragte Meyers. Wir fragen uns seit langem, wie wir richtige Weissagung oder echte Prophetie von Scharlatanerie und Wichtigtuerei unterscheiden können. Ich weiß nicht genau, meinte Alex. Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber wenn Sie mich so offen fragen, dann würde ich sagen, Weissagung muss immer an das Wort Gottes gebunden sein. Im Alten Testament steht ja, dass der kein Prophet ist, der etwas vorhersagt, was nicht eintrifft. Ich glaube auch nicht, dass biblische Weissagung mit Trance zu tun hat. Denn Paulus sagt im Neuen Testament, dass der Geist den Propheten untergeordnet ist. Das wiederum verstehe ich so, dass Weissagung oder prophetisches Reden immer etwas sehr Nüchternes ist und immer unbedingt mit der Bibel selbst eng in Verbindung stehen muss. Die Menschen lassen sich heute zu schnell von der Bibel wegführen. Sie glauben dann, Weissagung oder Prophezeiung sei irgendetwas über ihre Gesundheit oder ausschließlich für die Zukunft. Wen werden sie heiraten? Wo werden sie arbeiten? Was wird die Zukunft für sie bringen? Das sind ihre Fragen. Es sind irdische Fragen. Fragen des eigenen Schicksals. Und wenn sie im Hinduismus groß geworden wären, dann würden sie vielleicht eine Schale Reis opfern, um Gott zu einer Äußerung zu überreden oder sich in ihr Karma fügen. Was weiß ich? Mit christlichem Glauben hat das aber nichts zu tun. Der christliche Glaube ist viel nüchterner, viel klarer und basiert letzten Endes nicht auf Gefühl, sondern auf den Fakten der Heiligen Schrift. So glaube ich, dass Weissagung etwas ist, das, nun ja, wie soll ich sagen, jemanden in die Lage versetzt, Zusammenhänge innerhalb der Bibel zu finden und zu erklären, und zwar auf eine Art und Weise, die das Wort Gottes in den Herzen der Menschen lebendig macht. Ich kann das auch nicht richtig formulieren. Ich glaube, das ist nur sehr schwer in Worte zu fassen. Man kann das niemandem erklären. Man muss es selbst erleben. Und das kann nur der, der Gottes Geist hat. Man braucht Gottes Geist zu beidem, zum Reden und zum Zuhören. Denn ohne Gottes Geist kann man Gottes Wort nicht predigen. Und ohne Gottes Geist kann man die Predigt nicht verstehen. Verstehen Sie? Verstehen? Nein, nicht ganz. Vielleicht nachvollziehen, entgegnete Mayers. Aber das war wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Das Phänomen der Weissagung ist ein großes Problem für uns. Wir können diesen Punkt nicht klar definieren. Aber ich bin unbedingt Ihrer Meinung, dass die Phänomene, die wir in den einschlägigen Kreisen beobachtet haben, oftmals nicht dazugehören. Gut, dass das jetzt niemand hört, sonst bekämen wir sicherlich Ärger, lächelte Mayers vielsagend. Sie ist eine kluge Gesprächsführerin, dachte Alex. Sie haben eben davon gesprochen, sagte er, dass Ihnen das, was Ihnen als Weissagung verkauft wurde, wenn ich so sagen darf, zu emotional war und eigentlich nicht an der Bibel nachprüfbar. Das sehe ich auch so. Lassen Sie uns offen sein. Wenn Sie die Wunder Jesu anschauen, dann könnte der oberflächliche Betrachter meinen, es seien einfach irgendwie Wunder, irgendwelche übernatürlichen Phänomene, die sich Jesus ausgedacht hat, um die Menschen zu beeindrucken. Aber das stimmt nicht. Alles das, was er getan hat, hatte einen tieferen Sinn. Oftmals hatte es mit der Heilsgeschichte Israels zu tun. Denken Sie nur daran, als Jesus Wasser zu Wein machte. Da hat er nicht nur irgendeinen Zaubertrick vollführt. Und das wusste seine Mutter sehr genau. Denn als Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, da weist Maria die Diener an, dass sie das, was er anschließend sagen würde, tun sollte. Es geht um den Begriff, wenn meine Stunde kommt. Denn wenn seine Stunde kommt, und diese Stunde wird der Anbruch seiner Herrschaft in Kraft und Herrlichkeit über die ganze Welt sein, dann wird Wasser zu Wein werden im geistlichen Sinn. Wissen Sie? Dann wird alles gut werden. Dann wird alles herrlich werden. Er sprach eigentlich davon, dass seine Stunde erst noch kommen würde, wenn auch verklausuliert. Weiter, ich höre zu. Machen Sie weiter. Viele Zeichen haben einen tieferen Sinn. Zum Beispiel war da das Wunder der blutflüssigen Frau. Diese Frau hatte zwölf Jahre den Blutfluss. Sie war zu vielen Ärzten gegangen und niemand konnte ihr helfen. Gleichzeitig wurde Jesus von Jairus gebeten, seine Tochter zu heilen, die im Sterben lag. Es geht also um eine Frau und ein Mädchen. Das Mädchen war zwölf Jahre alt und die Frau war zwölf Jahre krank. Beide Frauen stehen mit der Zahl zwölf in Verbindung. Die zwölf ist in der Bibel die ausgewiesene Zahl Israels. Diese Begebenheit hat mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft Israels zu tun. Israel ist seit 2000 Jahren blutflüssig, wenn wir so wollen. Das Volk leidet und stirbt seit 20 Jahrhunderten und ist erst jetzt, in der Mitte des letzten Jahrhunderts, nach langer Zeit wieder zurück in sein Land gekommen. Es wird, wenn Gott Gnade gibt, wieder zum Leben erweckt werden, wie die Tochter des Jairus. Das wird die Zeit sein, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, am Ende der Tage. Und das meine ich, wenn ich sage, dass die Zeichen Jesu immer einen tieferen Sinn haben. Das ist interessant, sagte Meyers. Ja, das finde ich allerdings auch. Noch interessanter ist, dass der Stadt Israel einerseits sehr alt und andererseits sehr jung ist. Seine Wurzeln liegen in der Zeit König Sauls und König Davids. Das ist rund 3000 Jahre her. Und andererseits ist der Staat Israel sehr jung, denn er ist erst 1948 gegründet worden. Er ist also alt und jung gleichzeitig. Wie auch die beiden Frauen. Ihr Schicksal ist durch die Zahl zwölf miteinander verbunden. Sie sind beide jeweils ein Bild auf Israel. Sehen Sie, das ist es, wonach wir suchen. Meyers warf ihren Kugelschreiber auf den Tisch. Die tiefere Ebene, der eigentliche Inhalt der Sätze hinter den Worten, oder vielleicht könnten wir sagen, über den Worten. Ja, diese Art des Bibellesens, des Predigens und des Glaubens suche ich auch, sagte Alex. Aber sie ist sehr selten geworden. Sie schwiegen eine Weile. Wenn unser Gespräch beendet ist, werden Sie mich dann töten? Alex erschrak über seine Worte. Wie kam er dazu, eine solche Frage derart frontal zu formulieren? Aber es war ihm so, als ob er diesen Satz geradezu sagen musste, als ob er nicht von ihm stammte, sondern jemand das Gespräch für ihn führte. Dieser Gedanke blieb einige Zeit in Alex' Gedächtnis. Es beruhigte ihn und erfreute ihn ungemein. Er erinnerte sich an das, was die Bibel über solche Situationen sagte, und er ließ sich willig in das Gespräch hineinführen, ohne die Kontrolle über sich selbst aufzugeben. Das war eine neue Erfahrung für ihn, aber er fühlte sich trotz seiner Unterlegenheit irgendwie geborgen, sicher und fest in dem, was er wusste und was er sagte. Er wollte aufmerksam horchen, wie Gottes Geist, der in ihm war, das war also der Geist Gottes, der für ihn redete, das Gespräch weiter für ihn führen würde. Hierüber haben wir noch nicht endgültig entschieden, sagte Myers. Wir haben vor unserer Besprechung kurz darüber gesprochen, und meine Meinung war, dass wir das vielleicht tun müssten. Das ist sehr ehrlich von Ihnen, ich danke Ihnen, sagte Alex anerkennend, auch wenn ihm nun schauderte. Ja, sagte Myers, in Gesprächen wie diesem lohnt es sich nicht zu lügen. Wir würden es merken. Es würde die Vertrauensbasis unseres Gesprächs zerstören, und wir säßen schlussendlich umsonst hier. Die einzige Möglichkeit, die man in solchen Gesprächen hat, und zwar sowohl auf ihrer wie auf unserer Seite, ist es, die Wahrheit zu sagen. Darin besteht Waffengleichheit. Waffengleichheit, dachte Alex. Er verstand jetzt, wie sein Gegenüber dachte. Myers war sehr nüchtern, aber sehr ehrlich. Sie war eine scharfe Denkerin. Sie scheute sich nicht davor, die biblischen Aussagen glasklar zu analysieren. Er meinte im Verlauf des Gesprächs einen kleinen Anflug von Emotionen in ihren Augen und ihrer Körpersprache entdeckt zu haben, aber er war sich nicht sicher. Ansonsten war Myers sehr direkt, sehr frontal und sehr offen. Irgendwie ein gutes Gespräch, dachte Alex. Gut, sagte Alex, bleiben wir also bei der Wahrheit. Gut, nahm Myers seinen Vorschlag auf. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, dass Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus finden würde? Was ist das für ein Tag? Wissen Sie, dieser Punkt interessiert uns sehr. Sie wissen ja selbst, dass Israel mitten in der muslimischen Welt ein Inseldasein führt. Wenn sich Jerusalem tatsächlich dem christlichen Glauben zuwenden würde, würde das sicher für einigen Wirbel sorgen, sofern die Welt zu diesem Zeitpunkt geopolitisch dann noch so aussieht, wie wir sie heute kennen. Diese Sache interessiert uns. Können Sie uns hier helfen? Wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?